Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich mach schon. Ist Carsten da? Carsten, ja, der ist oben in seinem Zimmer. Entschuldigung, ich bin Steven. Ich bin Carstens Mutter. Einfach rauf, oben rechts. An dich hab ich auch gerade gedacht. Aha. Wo bist denn du gerade? Ähm, im Badezimmer. Oh. Ja, ähm, also ich ... Naja, also, ich muss dir was erzählen. Schieß los. Äh, soll ich vielleicht dafür in die Pension kommen? Nö, du. Ich dachte, wir waren bei dir verabredet. Hast du was dagegen, wenn ich, äh, wenn ich mich zu dir aufs Bett setze? Oder ist dir dieser Schreibtischstuhl lieber? Äh, ne, ne, du kannst dich ruhig aufs Bett setzen. Okay. Aber wenn ich mich zu dir setze, dann wird meine nächste Frage sein, ob ich dir einen Kuss geben darf. Hm. Hm. Wenn ich die nächsten 30 Sekunden keine Antwort höre, dann ... ... dann setze ich mich zu dir. Noch 10. Du kannst jederzeit Stopp sagen. Jede Zeit. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hallo, Carsten. Tschüss. SchOUT! fulfilbe � drive